Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Private Equity Konferenz der NRW Bank, ich möchte Ihnen heute zu Beginn dieser Konferenz und zu Beginn Ihres Besuchs einmal unsere Clips zeigen, die wir aufgenommen haben auf unserer Deutschlandreise mit unserem Bus die Chancenmacher. Viele von Ihnen haben schon mitgemacht, einige werden es auch noch tun und ich glaube, es ist auf jeden Fall interessant, was die Branche, was die Politik zum Thema Chancenmachen zu sagen hat. Hören Sie selbst rein. Hallo, guten Tag Herr Hüther. Hallo, Frau Hinrichs. Schön, dass Sie uns hier treffen an unserem Chancenmacherbus. Was verbinden Sie denn, bezogen auch auf Ihre Kompanie, mit dem Thema Chancen? Innovationskraft in Deutschland fördern. Hightech, Technologie, Modernität. Jemand, der etwas macht, denn eine Chance ist ja eigentlich immer nur so viel wert, wie das, was aus ihr gemacht wird. Amisches, innovatives, modernes Wirtschaftsland. Das ist ein magischer Ort, also hier müssen die Start-ups pitchen. Wir versuchen natürlich hier auch, ich sag mal, altes Denken ein bisschen abzuschütteln, dass man sagt, es dauert immer zehn oder zwölf Jahre, um ein neues Material zu entwickeln und in den Markt zu bringen. Die Ernährungswirtschaft, die Gesundheitswirtschaft, die Medizintechnik, alles Märkte, die in Schleswig-Holstein eine wichtige Rolle spielen. Und es ist die Akzeptanz für die Finanzierungsform, Beteiligungskapital im Mittelstand zu erhöhen. Tolle Chancen, mit Unternehmern gemeinsam zu ergreifen, um etwas zu bauen. Beruflich gesehen vielleicht den Schritt zurück das Haus zu machen. Die MBG eben als Türöffner, als Türöffner für neue Finanzierungen. Wir haben eine Venture-Werft in Flensburg, bei der mit Open Space-Aktivitäten junge Leute gefördert werden, Ausgründungen aus der Universität oder andere. Sozusagen, aber das war natürlich die größte Chance, die ich da ergriffen hatte. Die Chancen, auch der Biotechnologie nicht zu übersehen. Unsere Rolle als Investor gerecht zu werden. Digitalisierung ist für die Entbürokratisierung der wesentliche Schlüssel. Prima, vielen Dank Herr Hüther, dass wir bei Ihnen sein durften. Gerne. Ja und unsere Reise geht jetzt weiter. Prima, vielen Dank Herr Hüther.